Herzlich Willkommen zu Nochlander, quasi im zweiten Part. Wieder eine Vorherrschafts- oder was heißt wieder, es ist eine Vorherrschaftsmap. Vorherrschaft heißt was? Heißt auf dem Flugplatz landen, um ihn einzunehmen. Also das wird das erste Vorherrschaftsteil sein, weil Paul die erste Folge schlecht war und nicht hochladen wird. Genau. Bist du auf A landen? Müsst du auf A landen oder auf B? Sowohl als auch, ich würde aber auf A landen. In Richtung ist egal, ob so ein Lande war. Und die landen? Du hast kein... Was fliegst du? Gladiator. Okay, da hast du sogar Klappen, die kannst du auf F betätigen. Mö. Müsst du auch warten, dass du nicht zu schnell wirst. Fahrwerk ist fest, musst du also nicht ausfahren. Ich hab keine... Bei mir passiert nichts, wenn ich auf F drücke. Äh doch, unten links müsst ihr verstehen. Doch, eingefahren, Landung. Mh. Und die schnell muss ich untersagen. Weil ich gefragt hab, was ich da gerade für ein Manöver gemacht hab, ich hab grad Schub rausgenommen. Also man kann vielleicht sehen, dass die Geschwindigkeit massiv abnimmt. Oben links. So viel weiß ich auch. Ne, ich hab grad ein bestimmtes Manöver durchgeführt, um eine Geschwindigkeit rauszuziehen. Oh, ich bin auf 245 kmh schnell und ich lande, ich lande. Bremsen's auf B. B. Mh. Also Radbremse. Du bist aber viel zu hoch. Ich... Ne. Okay. Okay, und durchstarten. Mit vollem Schub rein. Mit... Äh... F erstmal rausnehmen. Äh, ich hätte F noch drin gelassen, aber okay. Ne, also ich hab gelandet. Also das ist gut, oder was? Ja, also wir haben uns jetzt den Punkt eingenommen. Wir fallen fast die Initiative. Ach ja, und ich hab ein neues Flugzeug gekauft. Oder erworben, oder... Nein, ich werd von hinten abgeknallt. Ich hab aber daneben geschossen. Hahahaha. Hihihi. Äh, ja. Kleine Spiele, das müssen sein. Wie macht man wieder Rauch an? Ey. Äh, lass ihn aber aus. Das bringt nichts. Das macht nur Sinn, wenn du mit vielen Verbündeten kreist. Ansonsten ist es ein Indikator für den Feind, wo du bist. Also das würde ich sonst lassen. Wiuiu! Ich geh mal... Was ist SPD-3? Äh, ein Bomber. Hab ich zerstört. Alles tot. Ne, das ist noch einer. Wo denn? Oben. 5 Kilometer. Noch hoch. Boah, Liga, da brauchst du Jahre für. Da steige ich jetzt nicht extra auf. Nicht mit dem Flieger. Da gibt's schönere, mit denen man schneller steigt. Hahaha. Also bei mir, ich bin nur noch 4,95 Kilometer entfernt. Jaja, aber der Punkt ist in der Vertika, einen größten Teil davon. Meinst du? Du brauchst mega lange, um ein paar tausend Meter zu steigen. Also selbst sind Flugzeuge, die ein bisschen mehr Leistung haben als die hier. Aber du kannst dir mal einen Spaß machen, du kannst mal zu mir fliegen, indem du einfach andrückst, dann bist du auch mega schnell. Was drücken? Einfach, klick mal auf mich zu. Ich seh dich grad nicht und ich will grad nicht... Du hast oben rechts ein Radar. Ja, ich werde erst vom Flak abgeschossen und ich bin über ihm. Ja, deswegen schießt du mir. Achso, du bist über ihm, dann schießt du noch ab. Ja, ich brauch noch ein bisschen, bis ich wirklich über ihm bin. Ich bin noch 2 Kilometer irgendwas von ihm entfernt. Wann fliege ich waagerecht? Wenn der Kreis direkt vor der Schnauze ist oder wenn er etwas über ihm ist? Äh, wenn das Zielkreuz auf dem Horizont steht. Yay, Paul, guck mal mich an! Ich weiß nicht, ob du mich siehst. Nee, du bist zwar weg. Ich bin grad 500 kmh schnell. Ja. Nein. Wie kann ich nachladen? Z. Shit, ich flieg glatt an allen vorbei. Nein, 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 nein. Was war nochmal auf Z? Nachladen. Ach ja. Wow, welcher verdammte Sausack. Okay, das gibt Rache. Äh, wo bist denn du? Tot. Nein, nein, ich meinte die Hurricane. Achso. Nein, 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 nein. Wo bist du? Im Wasser. Also, okay, tot. Also jetzt nehme ich mal meine Fury MK2. Ich hab jetzt meine... Wir müssen A wieder erobern, oder? Ich hab jetzt meine... Ja, wer sind vor... Ich hab jetzt meine Hurricane, a.k.a. Peppy. Shit, 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 wir müssen A erobern. Paul, kommst du zu A? Ich geb der K. Wo bist denn du? Ach, links von mir, ne? Ja, über euch. Ich drück jetzt ein. Kannst du mal helfen, die I-53? Äh, ich würd mal eher vorschlagen, die F-2. Ich weiß nicht, echt... Ah, ne, die F-2-Knötchen wäre anders. Ja. Ich glaub, ich versuch mal zu landen. Bitte gib mir Deckung. Ist es nicht so eine schlaue Idee, mit Tempo 600 anzubrettern? Ich bin... Uaaaaaaaaaah! Bremsen war B, ne? Wo ist die? Ich hab leider gerade keine Orientierung. Ich hab ein bisschen 4G gezogen. Oh, shit. Da. Mir ist ein anderer Krieger, egal. Oh, mein Fahrwerk ist tot. Sie erobern Bereich A. Äh, Paul. Oh, shit. Wenn du das sehen könntest. Ich war unten auf dem Boden, war weg, Schrott, aber ich hab erobert. So, mit der kurzen und, äh, ja nicht so erfolgreichen Runde verabschieden wir uns. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.